In einem Hydraulikspeicher wird eine Flüssigkeit unter Druck gespeichert. Beim Entladen kann hydraulische Energie abgegeben werden. Der Flüssigkeitsdruck komprimiert ein Gas oder eine Feder bzw. hebt ein Gewicht. Bei Volumenentnahme dehnt sich das Speicherurgis aus bzw. entspannt sich die Speicherfeder, wobei sich der Druck reduziert. Bei gewichtsbelasteten Speichern bleibt der Druck nahezu konstant. Aufgaben eines Hydrospeichers sind u. a. Leckagekompensation, Gewichtsausgleich, Energiespeicherung, Notfunktion, Pulsationsdämpfung, Deckung kurzzeitigen Volumenstrombedarfs, Medientrenner, Funktion. Eine Hydraulikflüssigkeit wird unter Druck in einen mit Gas gefüllten Druckbehälter gepresst. Die Hydraulikflüssigkeit komprimiert das Gas und steht zu einem späteren Zeitpunkt als gespeicherte Energie zur Verfügung. Ein Sonderfall ist der Einsatz als Schwingungsdämpfer oder Pulsationsdämpfer in Hydrauliksystemen. Das Gas und die Hydraulikflüssigkeit werden meist durch ein Trennglied voneinander getrennt. Die Trennung des Gases von der Flüssigkeit und auch ein Entweichen desselben, vor allem bei drucklosem Hydrauliksystem, wird damit sehr stark reduziert, jedoch nicht ganz vermieden. Der Gasverlust ist im Wesentlichen vom verwendeten Elastomer der Trennmembrane, der Flüssigkeit, dem Speichorgis, der Dicke der Membrane, dem Druckunterschied zwischen Gas- und Flüssigkeitsseite, der Lastwechselzahl im Betrieb und der Temperatur des Speichers abhängig. Metallbalkspeicher sind hingegen praktisch gasdicht und haben keine Permeation, da die Metallmembrane auch bei hohen Temperaturen gasdicht ist. Eine andere Verwendung von Hydraulikspeichern ist der Einsatz als Medientrenner. Hierbei werden auf beiden Seiten des Hydrospeichers Flüssigkeiten eingesetzt. Das Trennglied trennt die beiden meist unterschiedlichen Flüssigkeiten. Anwendung ist zum Beispiel ein Unterwasserkompensator, der den Mehrwasserdruck auf ein Unterwassersystem überträgt und somit den Druck im System kompensiert. Kompensatoren am Blowout-Preventer Einzelne Speicher können zu Speicherbatterien zusammengeschaltet werden. Es kann so eine sehr große Energiemenge gespeichert werden. Derartige Anlagen finden in Kraftwerken und Stahlwerken, aber auch in Theatern und auf Offshore-Plattformen Verwendung. Der Vorteil derartiger Anlagen ist, dass diese hohe gespeicherte Energie auch dann zur Verfügung steht, wenn keine Antriebsenergie mehr verfügbar ist. Ein weiterer Anwendungsfall ist die Bereitstellung eines kurzzeitig hohen Volumenstroms innerhalb von hydraulischen Steuerungen, z.b. bei elektrohydraulischen Regelungen. Dabei können die Pumpenvolumenströme gering gehalten werden, es wird lediglich der im Mittel benötigte Volumenstrom gefördert. Entsprechend kann die Leistung des Antriebsaggregats gering gehalten werden, sodass ein besserer Gesamtwirkungsgrad erzielt wird. Auch verbessert sich die Wärmebilanz, sodass oft auf eine externe Kühlung des Hydraulikaggregats verzichtet werden kann. Zur Auslegung der Speicher kann auf die Formeln der Zustandsänderungen von Gasen zurückgegriffen werden. Als Speicherurgis wird meist Stickstoff eingesetzt. Andere Gase bzw. Gasgemische wie Helium oder Luft sind ebenfalls möglich. Bei der Berechnung wird oft mit idealen Gaszustandsänderungen gerechnet. Bei hohen Drücken muss mit realem Gasverhalten gerechnet werden. Die Formeln dazu sind relativ unhandlich und führen nur bei iterativen Rechnungen zu genauen Werten für Druck, Temperatur und Volumenänderung. Kostenlose Software stellen die Speicherhersteller zur Verfügung. Bauformen Man unterscheidet mehrere Bauformen von Hydraulikspeichern. Membranspeicher Blasenspeicher Kolbenspeicher Metallbalkspeicher wartungsfrei Federspeicher Hydraulikspeicher unterliegen als Druckgerät z.B. in Europa der Druckgeräte-Richtlinie in USA dem ASME-Code. Generell sind die länderspezifischen Regelwerke und Gesetze zu beachten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017